Hi, ich nehm euch heute mit aufs Too Hard To Handle Germany Event hier in Berlin. Kompett! Hier kommen auch schon die ersten Gäste und jumpen direkt in den Pool. Hilfe, Lifeguard, ich stecke fest! Lange hat Lana aber nicht auf sich warten lassen und ja, das ist mein Gesicht, als sie ihren Überraschungsauftritt hingelegt hat. Unsere Hotties, das ist der Cast der ersten Staffel. Die Kandidatin sind hot und die Gäste on fire. Pose, pose, pose! Zum Glück hat Lana kein Handyverbot verhängt. Äh, Regelverstoß. Wir macht's euch gemütlich in unserem Bedroom. Apropos Snacks. All that money got me wearing fly. Brother, I ask you. Und damit eröffne ich den Dancefloor. Für Calvin geht gerade sein Lebenstraum in Erfüllung. Er darf sein großes Idol kennenlernen. Mich. Also, bis dahin, bleibt anständig. Lana sieht alles. Tschüss, Lana, ich werd dich vermissen. Nein, ich zieh dich! Verbres COP-